Ich weiß nicht, ob man das Ding selber an rumgucken sieht. Mit die Seeschlacht mit den Graulzwergen. Ja, von der Bekannten. Oh, das ist cool. Ach nein, die haben wirklich eine Animation gemacht. Götter, ich bin hier um die Geiseln zu retten. Wrong. Your presence here is the only real threat to their survival. Dead, they're no use to me. So I keep them safe, after a fashion. I have prepared this eventuality, and if you interfere, I will destroy the Iron Throne. Return to the docks, or the deaths of everyone inside will be on your conscience. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Ich musste vorhin noch so lachen. Hey, im Goblin-Lager steht ein Typ, der dich unbasiert Buße tun lässt. Er schlägt dich quasi von der... Hab ihm dann immer gesagt, er soll fester schlagen, sonst würde ich den schlagen. Gab hinterher einen guten Buff sogar. Das geilste war Kardau und Astarion, die es übelst gab, gefeiert haben. Das war ein Fehler. Daher war er sich vor, wenn die Geist wird, gehts um den Schaconik. Wenn die Geist werden, dann müssen Sie da gehten. Was ist das? Die Story in dem Game ist mega, ich feiere die tausende Entscheidungen. Ich glaube, das sehr gern. Das ist jetzt schon wieder was. Duke Ravengard ist in diesen Wäldern gehalten. Er muss extrakt werden. Frau Mellon, seid ihr das? Normalerweise würde ich eure Menschenlust für Leidenschaft finden. Leider haben wir keine Zeit. Hier gibt es viele Hostage. Duke Ravengard ist der Chef. Er braucht eure Hilfe. Ich will die Gondischen Geiseln befreien. Überzeugen, ihr wollt Unschuldige sterben lassen? Schande über euch. Ich werde alle retten, sagt mir nur wie. Oh, das wird schwer. Bitte hoch, bitte hoch. Komm schon. Ey, leck mich. Nö, akzeptiere ich nicht. Außerdem, ich habe kein Glück, stimmt ja. Ich habe vergessen, dass ich kein Glück habe. Ich werde auch irgendwann ein Game starten, wo ich nur Böses tue. Heinen abschlachten und so weiter. Ja, geht mir ähnlich. Ich hätte da unten speichern sollen. Jetzt muss ich es wieder beladen. Nein, nein, nein. Nun, dasüler zuurable, kein Glück. So mein Lieber, ich hau mich rein in den Dirk, schau vom Bett aus noch zu, viel Spaß noch, alles klar anklisch, dann schlaf schon mal gut und vielen Dank für deinen Raid nochmal. So, hier speichern wir jetzt nochmal. Ja, ja, ja. Ich bin schon nicht mit den Finger befallen. Zeugt. Der 1, yo. Ja, ich bin schon. Be careful. There are many hazards. This structure is collapsing. Act with speed. Act with efficiency. Good luck. Okay. Oh, come on. Oh, Astarion ist ja ein Speedmonster. 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 Schlitz! Time to kill. We need to stay focused. Onward. We need to stay focused. 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 Interessant. We need to stay focused. 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 Oh, Kacke. Da habe ich Geld was dummes angetan. We need to stay crocheted. Okay. Alright, some things have we need. There we need to stay focused. Das ist jetzt nicht sicher, dass ich wirklich das Gelbe vermeiden Das ist nicht sicher, dass ich das Gelbe. So, sie ist dran. Dann machen wir es noch ein bisschen interessanter. Wie weiß ich, bist du? Hab ich noch irgendwas vergleichbares? Ja. 1, 2, 3, 2, 1 hoffentlich bin ich stark genug dafür es ist auch noch ein ganz spezielles ach klingt man war beendet oh gail das tut mir so leid das ist die falsche richtung aber okay vier und das ist scheiße mit dem bisschen leichtfertig ach ich war nicht in der raserei ja 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 Das war's. Ja, komm wieder, dann schaffst du es. Sehr gut. Ja, neben mir. Ach, hier ist nur eine blöde Truhe. Was ist hier? Umbitsch. Sieben Lebenspunkte hat er noch. Ja genau, hab. Zwischhalb Spaghetti. Ach, du rennst zu ihr rüber. Hier ist noch einer. Ach nicht? locker. � Was ist das? In hier! Please, set us out! Shall we cut and run? It's her. The devil who... Who took my son. Hmmmm... Thank you. I hope Genshu and Bada were all right. Need to find a way forward. Let's go back. Und tschüss. I used to move... I used to move... I used to move... ... 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 Das ist ein ganzes Wettbewerb. Da ist eine Menge gestorben. So, Hatsugini. Ich hoffe, ihr schafft das, Leute. Oh, das ist jetzt instant tot. Das U-Boot sollte da sein, war aber nicht da so halbgeladen. Ah, okay. Ich habe es nicht hinbekommen. Also es sind tatsächlich nur sechs Runden, die ich Zeit habe. Okay, dann können wir das dieses Mal klüger aufteilen, weil Gale ist sowieso in eine absolut verkehrte Richtung belatscht. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo, ich bin gleich wieder da. Gib mir kurz eine Minute. So wieder da. Lucky, hast du die Mission gepackt? Wie wird es verpackbar? Ah! Wie wird es verpackbar? Das war scheiße. Das war scheiße. Sie ist in die vollkommen verkehrte Richtung gelatscht. Ich brauche die Meter leider. Ich brauche die Meter leider. Die Güven sind in der Richtung. Sie sind in die Höhe. Die Geschweizung sind in die Höhe. Die Hörggewirr ist nicht unter. Der Schlusow war mit. Die Helm ist der Stärkestein. Der helm hat nicht zu schenken. Die im inneren Zirkel können wir befreien, wenn wir auf dem Rückweg sind. Ich kann es nicht schlafen. Ich kann es nicht schlafen. Ich kann es nicht schlafen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es stimmt nicht. Ich finde es nicht so. Es ist nicht zu Hause. Ich kann es nicht wiederieren. Du bist da. Ich fess mich. 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 Ich kann es schaffen. 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 Das ist eine Anspannung. Und ab geht die Post. Ich kann es schaffen. 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 Ich kann es machen. Und dikt ihn. Ich kann es schaffen. Und ich kann es schaffen. Mädels, ich habe versucht nett zu bleiben. Ich war wirklich freundlich. Die Runde habe ich wenigstens mal die Wolfsrunde gefunden. Welche Wolfsrunde? Ach Mädels. Die blöde Kuh hat gerade Astarion runtergeschubst. Ne. Unten im Heimbau hat die Figur mit den drei Runen, wo eine gefiltert hat. Ne, das wusste ich nicht. Ne, das wusste ich nicht. Dann habe ich nichts gesagt. Alles klar, kein Problem. Die Anzeige wie ein Spoiler kommt. Die können das friedlich klären. Oder ich schwöre, das bereust du. Das ist doch lahmgelegt. Wenn mich noch einer schubst, gibt es hier Ärger. Die können ja gut gehen. Die war irgendwie zuerst wird. Hey, lass den Zwerg in Frieden. Wasser in den Zwerg in die Kacke. Da hörst du auf, hier zu schubsen. Ah, so tötet man also Wasser in den Klaven. Ja, ja, peitscht mich aus. Das klang gerade falsch, bitte nicht machen. Das ist voll uncool. Das klang gerade falsch, bitte nicht machen. Machst du den Schossel. Die Massen, kippie pippie. Die Massen, kippie. Die Massen, kippie. Ja, ich bin ausgerutscht. Die Massen, kippie. Die Massen, kippie. Hat der Typ mich gerade in Sicherheit geschubst? Die Massen, kippie. Die Massen, kippie. Die Massen, kippie. Die Massen, kippie. Was gibt's denn mir? Oh, Gold. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Der Mondstrahl war noch aktiv und der brennt voll rein. Oh. 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 klingt nach spaß es ist auch geil ich habe mich schon ich habe mich gerade schon wieder verklingt dieser hass dieser abgrundtiefe hass der so millimeter für millimeter sich hier manchmal entwickelt einfach weil man irgendeine blödheit verklickt oder sonst irgendwas ich hatte die mission doch geschafft wieder jemand müde lebensmüde ist ja ich würde gerne meine Leute machen hier holen dankeschön gail Ich kam ja nicht mal dazu ihr Zeug zu looten. Ich weiß nicht mal was sie hat, ob sich der ganze Kampf looten. Ob ich sie nicht das nächste mal einfach herunterschubse. So, instant tot. Noch irgendjemand der hier aufmucken will? Expeccius! Acquatio! Huh? Expeccius! 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 Ich lade jetzt die Szene Diese Fischstäbchen Tanten gehen mir so auf den Nerv Ich lade uns nach unten Du bist fertig Du gehst da hoch Schwingen die Hüfte Diesen Alarm kann ich auch nicht mehr hören Du gehst da hoch Du gehst da hoch Du gehst da hoch Was habt ihr jetzt vor? Blablabla Ja wir reden im Lager Ich werde jetzt gar nichts machen Ich werde jetzt erstmal das was ich eigentlich machen wollte Ganz in Ruhe steigern Und dann bitte ich Herkampfrausch einmal pro kurze Rast, wenn deine Trefferpunkte auf 0 sinken. Wenn du wissen bist, gewinnst du einen Trefferpunkt zurück, anstatt zu sterben. Nett, aber ich nehme lieber die Lebenspunkte. So, wir haben dann noch Schattenherz. Stufe 11 bin ich mittlerweile, ich bin schon fast auf Maximum. Stufe 6 ist so krass. Stufe 12. Stufe 6 ist so krass. Wenn du einen Attributswurf mit der Fähigkeit ausführst, wie du geübt bist, ist das niedrigstmögliche Würflexergebnis 10. Okay. Und Gale, die Glaskanone. Zwei Zauber der Stufe 6, oh heilige Scheiße, Kettenblitz. Todeskreis, der ist stark. Auflösung, das ist einer der mächtigsten Angriffszauber, die man haben kann. Wobei ich sagen muss, dass Kettenblitz wirklich gestört ist. Wir ruhen uns kurz aus. Wir speichern. Und dann wird Fischfeely gemacht. Ich schwöre, ich habe so Hunger. Oh, ich dachte, das würde sich aufhängen. Die Tante schalten wir als erstes aus. Die ist gleich tot. Ich habe jetzt noch 14 Lebenspunkte. Was? Ah, der hatte eine Blitzresistenz. Wie sieht es mit euch aus? Auch eine Blitzresistenz. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich hab das vermutlich. 兔 voilà. Ja. Podium Wie ist der Zauber? Waffe Elementar Jetzt ist Astarion schon wieder runter gefallen Scheiß drauf Ich weck ihn gleich wieder auf Ich töte jetzt Ich will raus aus dieser Scheiß Ich hab kein Bock mehr auf diese Tische Für den Rest meines Lebens werde ich nie wieder bei Nordsee essen können ohne an diese Story zu denken So wir machen maximal Pew Pew Das ist die Schnauze Du hast jetzt glaube ich das Vieh beschworen, oder? Nein, das wäre zu viel für ein Ziel. 68 Lebenspunkte hat sie. Auf höheren Stufen ist es auch stark, magische Verschossen sollte man niemals unterschätzen. Höchstlich! weil meine Füße mich übernehmen kann. Ein Lebenspunkt steht hier noch. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen magisches Piw Piw Piw. Piw Piw Piw. Magisch schon tot. Piw Piw Piw. Ich denke, du kannst mich anziehen. Was ist das? Also Junge, sobald du irgendwie den Mondstrahl siehst, bitte nicht reinlaufen das nächste Mal. Bei dem Kampf mache ich jetzt kein drittes Mal. Ansonsten steche ich dich ab. Oder ich lasse dich dem Fischweibern zum Fraß vorlaufen. Ihr wisst was ich meine. Ich werfe ihn, dem Fischweibern zum Fraß vor. Hochdeutsch kann ich. Ich bin ziemlich entschuldig. Ich bin ziemlich entschuldig. Eine gute Nachts sleep würde mir wunderschön. Ich bin bereit. Wir beleben uns hier. So, wir sind wieder überladen. Wenn ich nochmal diesen Kampf machen muss, ich schwöre. Ich werde jeden Nordseeladen niederbrennen, den ich wieder finde. So. Oh, Misura. Oh, bist du scheiße drauf? Hm. Habe ich den Pakt für den Arsch gemacht? Ja. Habe ich die Zeit. Zulchst du mein Herz in der Wunderschöne. Jetzt du es so schäfst. Mein Kind, ein Mögen. Spöreiget ihr über die Erreignung. Ich denke, dass mein Herz über die Vögel fliegt durch die Anzeige. Ist das mein Glück? Zu frei von Gortasch's Helle? Nur zu werden in deinem? Das ist nicht das, was du denkst. Das war niemals. Du hast mir geblasen, auf deine Stadt geflogen, um den She-Devil und ihre Macht zu retten. Sie lebt den Ort sogar jetzt. Das ist genau das, was ich denke. Ja, ich mag die Film. Das ist nicht so, was ich gemacht habe. Und die Gedanken sind offen. Ravengarde sieht Will, mit Mizorah, um den Kultus zu retten, bevor sie die Siege auf Boulders Gate sehen. Und er sieht alles außerhalb. Die Nautiloid-Journey. Die Perilös-Path zur Moonrise. Die Astral-Prisse. Und die Emperor-Within. Will. Alles, was ich gemacht habe, für Boulders Gate. Es ist wahr, Ravengarde. Will war immer ein teuer Verteidiger von Boulders Tor. Jawohl. Mein Sohn. Du hast deine Seele geflogen, um die Boulders Gate zu retten. Und ich habe dich weggeflogen. Du hast dich zu der Hölle-Eternale Feuer gegeben, damit ich frei bin. von den Gästen. Kannst du niemals vergleichen? Es gibt nichts zu vergleichen. Du willst, um die Stadt zu retten. Ich wollte nur das gleiche. Du bist ein besserer Mensch als die meisten. Und ein besserer Kind als ich. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Aber... mein Bein ist, erstes und vor allem, für die Stadt und ihre Menschen. Es ist etwas, was ich muss fragen. 5.4 Du hast in den Wagen der großen Championen getrennt und hast gewusst, dass er einer von ihnen sein wird. Der Wurm wird auf deine Anrufe antworten. Du musst ihn auszupacken. Ein Bronze-Dragon, ja. Er schläft neben uns sogar jetzt. Er erwartet einen Hero, um ihn zu räusen. Der Wurm geht mit vielen Namen. Ansuor. Der Wälderwälder. Der Herz der Gute. Er sagte, Baldurin, dass er die Stadt beschädigte, wenn seine Existenz war. Aber nur einmal. Seitdem, die Stadt hat viele Anrufe gehabt. Aber wir haben immer überrascht. Es gab nie eine Chance, um den Wurm auf den Wurm. Bis zum nächsten Mal. Der Absolut ist die größte Wälderwälderwälderwälderwälderwälder. Der Wurm muss sich erwähnen. Der Wurm muss sich erwähnen. Und die Aufgabe fällt dir. Was ist das? 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 Das ist das? Das ist das. Was ist das? Wie ist das? Was ist das? debonair in my head i'll admit do you need something will finish what my father couldn't win a way can answer the heart of the gate i disappointed him once i won't do it again go on read the legend of onzor then we can plan our next steps legende von anzor baldos tor baldurin balduranischer hafen o balduran verehrter gründer seine wächter trachter anzor von unschätzbarem wert ein retter in der tiefe unserer ewige freude nach wirmweg in die tiefste erde dass er nicht gefunden werde zückt im helden herzelt auf der mut entfacht in dem fackeln hilfreiche glut und drachenaugen werden glitzernd wach wirmfelds gefängnis etwas überfunkeln und fackeln mit fertigkeiten einsetzen die prüfungen sind nichts für gewöhnliche leute bis heute hat er nur hat es noch ein jeder bereut war ein großer hell sieht der gründer ist vor wird unsere zeit durchschreiten das tor nur ein großer hell kann die prüfung bestehen und anzor erwecken bleibe da ich hasse diese beweiheuerung das ist ein händlerzeichen warum kann ich das nicht benutzen so jetzt werden wir jetzt mal die gnome ihre familie befreien oder haben wir befreit größer ausgang hier oben gab es auch noch zurück so guck mal ob ich auf den Film komme ah Astario, du bist mal überladen also was 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 Sooo. Let's see, wir speichern nochmal. ich weiß nicht was da vorne mich in der halle erwarten gleich wird erwarten wird gleich deutsch ich schreck mich jedes mal bei der sinne Schauen wir nochmal nach. Ah Scheiße. Leute, der Faust ist los. Ich bin ja schon mal genehmt. Verschiebungspunkte möglich. Mondstrahl mache ich besser nicht in der Nähe von Verbündeten. Das hat sich schon einmal als fatal rausgestellt. Ich bin das. Weißt du. Livia. Ich bin hier. ich stehe mir richtig stark tief Oh, das war's. 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 Ja, die haben einen Freund, der mir helfen wollte. Ich speichere nochmal, für den Fall der Fälle, dass es nicht gut ist. Hier ist er schon mal nicht. Warum habe ich ihn übersehen? Ich habe ihn übersehen. 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 Manchmal ist die Kameraführung ein bisschen lästig. Ich habe ihn übersehen. Ich habe ihn übersehen. Ich bin mal gespannt. Ich habe ihn übersehen. 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 ich bin übersehen. Wie ist das? Gond, lass deine Hammer sein, deine Furnace sein, mein Herz. Wir sind жив, Gond. Und die Furnace schlägt hinter uns. Der Geruch ist so süß wie ein guter Kog. Aber wir bezahlen den Preis in Blut. So viele von uns bleiben. Gond's name wird bald bald in den Anwälten der Geschichte. So. Den Teil der Geschichte haben wir fertig. So. 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 So.